Was immer du willst, was kann ich für dich tun? Siegfried rastet aus. Alarm! Ich mach mal einen Blitzsturm, um die ein bisschen vorzuschwächen. So, das können wir uns mal hier anschauen. Ja, der geht gut auf die Bogenschützen, der Blitz. Das sind viele Bogenschützen. Ja, da muss man mehr draufhauen. Bogenschützen sind das, bitteschön. Auch eine fucking Meteoritenschauer. Wo sind jetzt die alle hin? Ach, da sind sie. Was kann ich für dich tun? Befallen dir meine neuen Durringe? Hier, nochmal Blitz. Ja, wir müssen uns da, glaube ich, viel besser vorbereiten. Irgendwie bringt der Blitz nicht viel. Ein Meteoritenschauer wäre halt richtig geil. Könnte man vielleicht sogar die gegnerische Baseblatt machen. Womit kann ich dienen, mein Prinz? Ja, zur Not lade ich halt den Spielstand vor, bevor wir da unsere Armee haben. Und... ...nimm einen neuen Hexenmeister mit, ja. Ich sehe die räudigen Hunde! Ja, ich glaube, der Kern ist effektiver. Dein Wunsch ist mir Befehl. Entschuldigung. Ach, diese Männer... Bleibt die Unterstützung! Sie werden mir gleich alle klüren memorieren! Womit kann ich dich im Moment hin? Alarm! Naja, aber es werden weniger Bogenschützen. Sehr gut, das nützt bitte alle. Äh, was wird da gefeuert? Egal. Was kann ich für dich tun? Was immer du willst. Ach, da sind sie! Bewegt euch! Alarm! Ach, das sind sie! Oh, sie nähern sich! Ah, perfekt. So, jetzt kann der hier die ganzen... ...einfach auf die Bogen schützen. Ah, ich bin für Hände! Kann man die auch sehr fern jetzt hier angreifen? Funktioniert das? Nein! Uah! Oh Geister der heiligen Heine, rette, komm! Oh, heiliger Bim Bam, chinäern schisch! Oh, Geister der heiligen Heine, rette, komm! Oh, Geister der heiligen Heine, rette, komm! Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, was ich da gerade mache. Du gefällst mir! Ah, der schießt sich aus die Distanz ab, ist okay. Ist absolut okay. Nein! Lass mal! Ja genau, die Priester da entfernen. Mein Schafblick täuscht mich sicher nicht. Es ist doch der Fall... Wollen wir Wildschwein, ich hätte ihr Schirr werden sollen. So, da ist doch... Der erste Fall kitzelt, doch zweite tut weh, und doch dritte tätet. Remove Bogenschütze! Gefallen dir meine neuen Ohrringe? Auto... Ja, wobei, besser nicht Auto, ich will schon... Ich will schon bestimmen, was ich bekehre. Nicht, dass irgendwas bekehrt wird, was ich... vielleicht später brauche. Erstmal müssen die Bogenschützen weg. Ich war gerade dabei, die Szene zu wechseln. Nun bin ich bereit. Mädchenjäger, hm? So, dann können wir jetzt auf die Priester gehen. Ich führe einen Wetterumschwung. Böses Zeichen! Aufstehen! Müsse halt ein bisschen schnell sein, weil der Gegner quasi sich aufbaut. Wer ist manns genug, sich für eine Frau einzusetzen? Wer schießt da? Ähm... Mann, das sind alles Ritter, die da rumstehen. Äh... Der Bogenschütze. Zu Ihren Diensten! Ihre Meisterin! Rennen! Jeder! Oh, okay. Aha, wir könnten Wölfe da drüben beschwören. Genau, das funktioniert ja auch noch. Aha! Warte! Hä? Hä? Irgendwie... Mach der nichts dagegen. Wenn ich doch endlich mal in Ruhe arbeiten könnte. Passt mal ein bisschen auf. Passt mal ein bisschen auf. Die Wölfe machen das schon. Kontemplation und das Gebet. Oh, was ist denn da noch übrig? Ja, heute die Ritter, die sind das Problem. Der Donnerkott ist weg. Aber wenn die Priester weg sind, dann können wir unseren eigenen Priester auf den Turm stellen und der tötet dann die ganzen... ...Gegner. Hab demut vor den heiligen Geistern, ihr Waschlappen! Ihr Waschlappen! Kontemplation und das Gebet! So, Wolf Angriff! Okay, äh, sind alle gegnerischen Bogenschützen weg? Ja, sieht gut aus. Der Donnerkott begünstigt. Gut, dann... Wir haben es mal. Geh da hoch. Scheiße, da ist noch ein Bogenschütze. Zwei Bogenschützen. Weg, 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 weg! Oh, schade. Okay, jetzt schnappen wir uns mal den hier. Dann schnappt ihr die Rüstung. Funktioniert nicht. Schade. Dann, äh, hier drauf. Hier, denkt mal. Hier funktioniert auch nicht. Warte, ich hab noch einen Priester übrig? Wie kann das sein? Warte, ich hab noch einen Priester übrig. Die Mölfe funktionieren gut. Es reißen mich im Holz! Warte, ich hab noch einen Priester übrig. Warte, ich hab noch einen Priester übrig. Da hab noch einen Priester übrig. Das müssen sie nicht errillen können. So, dann blinkt dich mal hoch. Ich sag mir den Weg, ihr heilige Geister. Was kann ich für dich tun? Oder blink dich nicht hoch. Ist auch in Ordnung. So, dann entfernen wir die Wölfe wieder. Wie gesagt, ich bin mir unsicher, ob das auch alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe noch genügend Kräfte. Er hat ein Level abgekommen. Wenn ich doch endlich mal in Ruhe arbeiten könnte. Seid verflucht. Okay, jetzt gehe ich auf den Turm hoch. Ah ja, das kann man nicht öffnen. Ja, dann funktioniert das nicht so ganz. Wie machen wir das am besten? Ich überlege jetzt gerade. Ich schnapp ihn dir mal. Den auch. Also komischerweise können die die Rüstung nicht aufnehmen. Hier sind auch wieder gegnerische Bogenschützen. Was ist hier unten? Skelette. Wollen wir jemandem den Hintern verschulden? Ähm. Dieses Ding hier nervt. Warte, rückgelt darüber, warum geht auch nicht? Gibt es nicht irgendeine Einheit, die andere Einheiten irgendwie supporten kann? Nein, da fällt mir jetzt auch nichts ein. Es ist halt blöd, dass wir diese Rüstung hier nicht aufnehmen können. Aber im Prinzip müssen wir noch den Prinzen hier rüberkriegen, dann haben wir es. Aber wie machen wir das? Dieses Ding hier nervt. Gehen wir mal in den Untergrund rein. Hilft mir! Ja, Schatz. Ah, jetzt stresst der Rote etwas. Stecken wir uns mal hier in den Untergrund. So, das lockt dann wahrscheinlich den Gegner hier etwas weg. Ich speichere jetzt einfach mal ein einfaches Neugier. Ich weiß nicht, was ich damit vorhabe. Ja. Jedenfalls haben wir hier zwei Leute, die vielleicht etwas reißen können. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, hier ist der Rote Gegner. Und Jack? Toll, also der ist verloren. Der Rote ist halt einfach zu stark und er wird immer stärker. Im Schauscherschritt. Okay. Hier ist so ein Ambulett-Gesundheits-Elixier-Leben-Erhöhen. Mh. Natürlich. Meditation, Kontemplation und das Gebet. Können wir hier schauen? Bezagt mir den Weg, ihr heiligen Geister. Ne, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ich hab noch genügend Kräfte. Hm. Der Gegner ist halt einfach zu stark. Ihr seht das, ja. Nurstet euch hier recken. J Bah! Hah, hah, ha, ha! Và dann noch gerne boatتي ich nicht mehrюсь.